Hasbro, ich war jetzt für so viele, viele Jahre abwesend. Könnt ihr nicht eine tolle Folge mit mir machen? Okay, lass uns doch eine Folge mit einer Zeitreise machen, in der du für eine Minute auftauchst. Außerdem gibt es keine veränderte Stimme für dich. Nein, ich meine eine große Rückkehr. Okay, wie wäre eine weitere Episode, in der wir die Change-Schlinge umwandeln und du für drei Minuten auftauchst? Natürlich, ohne die coole Stimme. Irgendjemand rettet mich, bitte! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020